Wie kannst du ohne ein schlechtes Gewissen den Sex mit ihr auf ein ganz neues Level heben und sie einfach mal gnadenlos durchbumsen, ohne ihre Grenzen dabei zu überschreiten? Ihnen macht das Thema Angst, was ich verstehe kann und vor allen Dingen Männer sitzen da in der Zwickmühle, was aber nicht sein muss. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Grenzüberschreitungen auch durchaus etwas Positives an sich haben können. Mehr zu dem Blickwinkel, den ich dadurch gekriegt habe im Laufe dieses Videos. Jetzt starte erst einmal mit Punkt Nummer 1. Bring mit deiner emotionalen Intelligenz die Grenzen in ihrem Hirn. Wie machst du das? Da brauchst du ehrliches Interesse, Einfühlungsvermögen und die richtige Mischung aus der direkten Kommunikation und der nonverbalen Kommunikation. Nummer 2. Hab mit ihr den Sex vor dem Sex. Was heißt das und wie machst du das? Es geht in erster Linie auf, bedürftig zu sein und den Sex oder die Frau als Lückenfüller für deine innere Leere zu benutzen. In so einem Zustand bist du nämlich nie neutral. Und die Neutralität ist aber bei diesem Thema eins der wichtigsten Dinge. Mach dir also von der körperlichen und emotionalen Abhängigkeit auf den Weg in die Unabhängigkeit, indem du durch den Geist den Sex in deinen Körper bringst, anstatt ihn haben zu wollen. Machst du genau das, passiert das, wonach sich alle Männer sehnen. Nämlich die Frau wird von ganz von selbst geil auf die und macht den ersten Schritt. Punkt Nummer 3. Hab die richtige Einstellung und die dementsprechende Bewusstheit zu diesem Thema. Das heißt, mach dir bewusst, dass der Schuss immer wieder mal nach hinten losgehen kann. Manches hast du einfach nicht in der Hand. Mir ist beim Bowlen die Kugel auch mal in die andere Richtung geflogen, anstatt nach vorne. Ja, hätte auch jemand am Schädel fliegen können. Aber das ist halt nochmal so. Also ein Ganzkörper-Orgasmus-Motto von mir. Scheiße kann passieren. Und es gibt einfach so gewisse Dinge, die kannst du nicht wissen, wenn du sie irgendwo anfasst und sie das aber an irgendein Scheißerlebnis aus der Vergangenheit erinnert. Dann ist sie da in ihrem Film gefangen und es hat aber nichts mit dir zu tun, sondern vielmehr mit dem, wie sie die Sache damals empfunden hat. Lass dir also beim Akt deinen Mut und die Risikobereitschaft nicht nehmen und minimier aber das Risiko vor dem Sex. Das machst du, indem du auf die geistige Reife und auf die Einstellung von der Frau achtest. Also lernt sie ausführlich kennen und checkt die Lage, inwieweit sie eine Frau ist, die ganz einfach Eigenverantwortung für ihre Themen, für ihren emotionalen Schmerz übernimmt. Du musst wissen, dass du in Wirklichkeit keinen Menschen verletzen kannst. Und wenn sie gewisse Sachen als Grenzüberschreitung empfindet, dann ist es ihr Empfinden und für das kannst du nichts. Bevor wir jetzt gleich zu der positiven Seite von empfundenen Grenzüberschreitungen kommen, bitte dir als Mentaltrainerin ein kostenfreies und unverbindliches Telefongespräch an, wo du von vornherein erkennen kannst, ob sie die richtige Frau ist, wo du einfach nicht in die Scheiße gelangen kannst. Meine Erfahrung hat ganz einfach gezeigt, dass vor allem Grenzüberschreitungen auf der körperlichen Ebene die Grenzen von dem kleinen Ich sprengen. Durch es möglich wird, und das ist das Paradoxe daran, durch den neuen Blickwinkel die wahre Liebe zu erfahren und zu erkennen, dass am Ende einfach, oi se so passt, wie es ist. Schau dir jetzt gerne noch weitere Videos von mir an. Dann dann